Willkommen zu einer neuen Folge Robocop. So, mit unserem Buddy gehen wir jetzt hier mal rein zu dem Fischladen, der übernommen wurde von bösen Piepeln. Okay, ich hätte so von außen niemals erwartet, dass dieser Laden noch auf hat. Was liegt da rum? Nuke? Falschgeld. Ich glaube, der eine ist gerade gestorben, weil wir diese Fähigkeit haben, dass die Kugeln abprallen. Das ist eigentlich echt ganz nice. Vor allen Dingen, wozu überfällt man seinen Fischladen? Ja klar, ihm passiert nichts. Ich frage mich, wer ist hier der echte Robocop? Ich glaube, er hier. Wie groß ist der Laden vor allem? Der Fisch ist nicht frisch. So, ein Punkt haben wir wieder verdient. Nice. Gleich wieder in Technik, dann brauchen wir nur noch einen. Und dann sind wir da auch durch. Kuli 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 Sache. Dokumente. Oh, it's shaking. Yeah, baby. Baby, yeah. Zeig, was du drauf hast. Okay, na dann. Open the door and come out with your hands up. Oh, shit, that's Robocop. Listen. You and your friends got it all wrong. You're not supposed to be here, pal. OCP doesn't button to this hood business. And your police on OCP's money. So you better scram if you don't want trouble. Aha, ich nehme keine Befehle von Kriminellen entgegen. Und was, wenn ich ärger will? Ich brauche nur ihre Aufgabe. Oh, okay. I am a police officer. I do not take orders from lowlifes. What the? What do you want, Robot? I'm trying to be nice here. I've got a hostage here. And I'll blow his fucking brains out if you try anything stupid. Break the door. He's reloading. Who's that? How long you do it, oh my God. There ain't an ounce of respect in those perps. There's nothing sacred to OCP. But I was wrong about you. You definitely more human than any of them OCP-Ienas. That was intense. Good job, Officer Washington. Thank you, Robo. Mich würde trotzdem interessieren, wie sich das wirklich alles verhält, wenn man sich anders entscheidet. So, du kommst klar, Lena, Leute. Vor allen Dingen hier. Büro, da Büro. Na gut. Shop widerlich. Okay. Oh. Yes. Yes. Hey, Washington. That sounded like a proper gunfight. So, how come you're still in one piece? I had a partner who had my back. Keep it up and I might just change my mind about you. I'll wrap this up, Robo. You can head back to the precinct. Noch nicht, mein Freund. So, gucken wir erstmal hier in die Ecke noch rein. Wir kommen zwar eh nicht durch, aber... Cool wäre es jetzt gewesen, wenn die Gebäude einfach auch schon zerstört gewesen wären. Die Tür da oben ist auch interessanterweise zu. Hier unten ist er noch auf, okay. So, sehr schön, haben wir das erledigt. Gut. schöne erfahrungspunkte versteht ihr um das zu sieht nicht da steht oben und das zu ok ist die mietz noch da nein wo ist die mietz was hast du mit ihr gemacht ich weiß was wir können damit heute noch mehr interessiert weißt du was der doktor sagte über alcohol ich habe eine bessere Idee wir können bett auf wer wird die election Das ist schön. Okay. Dienen und schützen. Und da auch. Okay, dann gehen wir erstmal da hin. Finde ich cool, dass man die Charaktere hier wieder trifft. Da ist die Oma, dann der kleinen Junge. Okay, das bringt, ich bin mir nicht sicher, bringt das immer 100 Erfahrungspunkte oder nur 50. Auf jeden Fall kriegen wir da kein Level ab. Oh, 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 oh. Shit, wie kommen wir jetzt da hoch? Da. Drinking in a public place is against the law. I'm not drinking. I'm drunk already. And I am home. I will not issue a ticket. However, I recommend enrolling in the homeless help program. so das geräusch heißt jetzt wieder jetzt haben wir die pille palle aufgaben hier quasi erledigt gang versteckt da waren wir doch auch schon drinnen wieso zeigt er immer diese ausrufezeichen an ich verstehe das nicht ah they say we're in a record-breaking recession but people are throwing away things that still work oh this underwear looks almost new interessant finde ich bloß dass wir scheinbar nichts neues hier finden können maximal dann immer noch in den gebäuden in die wir dann reingehen können wo wir vorher noch nicht reingehen konnten so wie es aussieht er macht die zeichensprache na gut dann gehen wir ins hotel würde ich sagen oh da ist die katze ja so ein bisschen finde ich sieht der kopf aus wie von einem offen ja you're way too early the bachelorette party starts at eight i am here to meet with olivia blanche what room is she in this is a by the hour hotel people don't usually give names dr blanche is in her fifties bright long hair possibly tied into a ponytail i gotcha it's that classy lady she's staying in room 405 thank you citizen so you are the real robocop listen if your mature lady won't be able to satisfy you i'm sure i'll find someone younger that would be happy to help okay sag mal an hallo verdammt so wir müssen nach oben das heißt ich bleib erst mal unten ich hätte tatsächlich nicht erwartet dass wir hier so viel umrühren können die karte zeigt an dass wir quasi auch noch in einige räume rein können da wird doch gleich was passieren da werden diese bösen buben noch ankommen ja da 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 ist die katze laut ich sehe ich nicht weiter zum einzelnen und es ist ja ein bisschen enttäuschend gerade yes okay und und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 It's you. Thank you for coming over. Do you really think I'm in danger? Not as long as I am here. Tell me what happened again. Someone stole my work computer from the precinct But the only thing of value are my research notes Your evaluation especially Does anyone else know about your research? OCP requested confidentiality So they're the only ones who know about it You don't think the old man has anything to do with it, do you? Did you notice anyone suspicious at the crime scene? No, but after a recent hacking attempt Engineer Morgan fitted my work computer with a tracking device You could download its last coordinates from my private computer It's right there on the desk Maybe this will help you find the culprit I will find them and they will pay Actually, even if those thieves were after my research They'd be disappointed I keep most of my notes on paper, including my conclusion I know the whole process wasn't easy for either of us But I'm sure you felt there was progress How do you feel about doing the final session now? Okay, na dann, machen wir das I promised to adhere to our working relationship Thank you I really appreciate it You agreed to a non-compulsory evaluation Does that mean you felt our sessions are helpful? Ich denke schon, oder? Yes Yes I've never changed since we started Do you remember how you perceived yourself back then? Oh, I know how long that's now, I've noticed I've noticed what I've noticed What I've noticed As a human As a human That's not quite right Verdammt But since then, did you have a change of heart? How do you consider yourself now? I like to think of myself as a person I'm glad to know you can finally see this Through our time together, I've learned a lot about you And one thing I know for sure is that you're not Some kind of soulless OCP robot Why do you think so? Could a machine create a real bond of friendship Such as you and Officer Lewis have? Do you think a machine would bother to help a drug addict Believe that there is a place for him in our society? Do you think a machine could teach a newly appointed officer What it means to be a real policeman? Or bring comfort to a suffering old man? What an actual person glitch We should make a clear distinction These so-called glitches are your memories It seems to me that they manifest themselves in unusual ways Because they are trying to get through a mechanical barrier But as memories and the past make up everyone's personality Those memories make you who you are as well This is what makes you different From a machine You should not fear them, but embrace them But there is also the other kind And that worries me But the malfunctions you're referring to Seem to be strictly technological I'm afraid someone is using your mechanical side To mess with your psyche They would be more successful if it wasn't for your human side And no wonder It's probably your strong will That allowed you to bear the extraordinary burdens And it's also what's been protecting you From totally malfunctioning I don't know a single person who could endure that So if this evaluation was to determine whether you're human or not My answer is You're not just a human But an exceptional one Alex Murphy Don't you ever forget that Unless you want to have me on your case again I will try Thank you, Doctor Use my computer to download the coordinates of the tracking device It's right there on the desk Wow, what for a computer Good, Doctor That's what we'll do in the next episode Spitze, thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you